Hatschi! Ups, wie peinlich! Wow, erwartest du! Oh, das ist so toll! Gratuliere! Darf ich mal? Ich glaub, es reagiert auf meine Stimme. Das ist so süß! Nur, dass nicht das Baby Geräusche macht. Es ist der Magen. Der ist so laut. Sie ist gerade was Süßes. Und ja, sie ist nicht schwanger. Sie ist nur, ähm... Wie kann ich das nett ausdrücken? Sie hat halt etwas zugenommen. Das ist peinlich, oder? Das Date läuft super. Aber nur eine unangenehme Bewegung. Und der Löffel fällt runter. Und er liegt ihr buchstäblich zu Füßen. Was ist das? Ihre Zehen scheinen ein Konzert zu veranstalten. Das sieht lustig aus. Hey, es ist so lustig, wie du deine Zehen bewegst. Du hast echt Talent. Er scheint es witzig zu finden. Aber ich find es nur peinlich. Komm schon, entspann dich. Ist doch lustig. Mädchen benutzen alles, was reflektiert als Spiegel. Sogar das Fenster eines geparkten Autos. Ich könnte auch schnell mein Make-up auffrischen. Und dann geht das Fenster runter. Und ich sehe jemanden im Auto. Und er hat mich bestimmt die ganze Zeit beobachtet. Ich will einfach nur von hier weg. Ah, warum hab ich das gemacht? Jeder Freundeskreis hat diese eine Person, die immer mit ihren teuren Outfits prallt. Da ist sie. Sie will ihren Freunden ihr neues Kleid vorführen. Sie erwartet viele Komplimente. Dieses Kleid muss von allen Seiten betrachtet werden. Ups, es sieht so aus, als hätte jemand vergessen, das Preisschild abzuschneiden. Das ist super peinlich. Oh, jetzt weiß jeder, dass es kein Designer-Kleid ist. Und jetzt kann ich auch nicht mehr angeben. Dieser Salat ist so lecker. Mh, der schmeckt wirklich gut. Mit viel Zwiebeln. Mh, oh, Planänderung. Ja, okay, ich bin auf dem Weg. Ein Date in einer Bar. Was für ein schöner Abend. Und jetzt ist es Zeit für einen Kuss. Aber nur weil es Zeit ist, heißt es nicht, dass es passieren wird. Der Geruch von Zwiebeln ändert die Pläne. Ja, überzeug dich selbst. Sieht so aus, als ob das Date ein Fehlschlag war. Lass deinen Mund lieber zu. Armer Kerl. Er hat sogar Tränen in den Augen. Es ist so schön, meiner Freundin ein Fotoalbum zu zeigen. So viele schöne Erinnerungen. Ich zeige dir all meine Erfolge. Aber sobald ich kurz weggehe, kommt mein Vater rein. Und zeige dir meine Babybilder. Die Bilder, die ich niemandem zeigen wollte. Ein Aktfotoshooting? Was für ein süßes kleines Mädchen. Oh, du hast meine Babyfotos gesehen? Was ist so komisch daran? Ähm, naja, lass uns was anderes machen. Meine Freundin ist wieder spät dran. Oh, du hast es endlich geschafft. Schön, dich zu sehen. Aber was ist das? Ich frage mich, warum sie so verlegen ist. Die Hauptüberraschung ist, dass dieser Typ mein Ex ist. Er hat gesagt, wir bleiben für immer zusammen. Er hat mich in seinen Arm getragen. Und wir wollten eine Familie gründen. Und jetzt sind ausgerechnet die beiden zusammen? Das ertrage ich nicht. Ja, er würde nicht so reagieren. Und jetzt ist er ziemlich nervös. Nur meine Freundin weiß nicht, was los ist. Und manchmal freut man sich sehr, nach langer Zeit sich wiederzusehen. Sie scheinen so glücklich zu sein, dass sich ihre Lippen aus Versehen berühren. Nein, warte, ähm, das wollte ich nicht. Oh, ist das peinlich. Ich freue mich meiner Freundin, mein Haustier zu zeigen. Jeder wird meinen kleinen, süßen lieben. Deshalb habe ich ihn auch extra mitgenommen. Oh, er ist so süß, stimmt's? Er darf doch durchs Zimmer laufen, oder? Sie scheint aber nicht gerade begeistert zu sein. Keine Angst, er ist stumm rein. Er macht nirgendwo hin. Sag das lieber nicht. Das Ergebnis liegt bereits auf dem Boden. Ihre Freundin wird ohnmächtig, nach dem, was sie gesehen hat. Oh nein. Meine Freundin besucht mich. Hey, wie geht's? Ups, meine Brille ist beschlagen. Naja, nicht so schlimm. Oh, was für ein süßes Kätzchen. Na du? Ähm, was machst du da? Ich streichle deine Katze. Wow, dein Sehvermögen ist schrecklich. Es ist keine Katze. Es ist eine Pelzmütze. Oh, ähm... Ja, das ist peinlich. Wir machen heute Abend einen gemütlichen Filmabend. Popcorn, Cola, zusammen lachen. Alles ist perfekt. Ich nehme das Glas mit Cola und will einen Schluck trinken. Aber dann sagt er was total Lustiges. Und ich kann einfach nicht anders. Genieß den Brunnen. Oh, warum habe ich nicht aufgepasst? Jetzt ist der Abend gelaufen. Okay, die Luft ist rein. Hm, ich will endlich diesen neuen Kaugummi probieren. Ich öffne die Verpackung. Aber das wird nicht klappen. Wo kommen die ganzen Hände her? Hey, warum willst du nicht teilen? Okay, gut. Bitte schön. Hier. Wo kommt die alle auf einmal her? Ja, ich wollte nur meinen neuen Kaugummi probieren. Das war's. Es ist keiner mehr übrig. Warum passiert mir das immer? Ich schminke mich im dunklen Zimmer. Das war aber keine gute Entscheidung. Das Schlimmste kommt noch. Wenn ich plötzlich niese und dabei meinen Lippenstift auftrage. Ach nein. Ich seh aus wie der Joker. Ich muss es schnell abwischen. Okay, darüber kann man ja noch hinwegkommen. Aber meine Gesichtsbehaarung. Das geht auf keinen Fall. Ich werd schnell meine Haare wegrasieren. Ich brauch nur Rasierschaum und einen Rasierer. Okay, los geht's. Aber mein Freund kommt ausgerechnet jetzt. Und schau zu. Bravo. Und du hast dazu noch meinen Rasierer genommen. Echt nett von dir. Oh oh. Schnell weg von hier. Es dauert nur eine Minute, den Müll rauszubringen. Oh nein, mein Ring. Muss der sich ausgerechnet jetzt verabschieden? Oh nein, jetzt kommt der ekligste Part. Ich muss den Müll durchwühlen. Was gibt es Schlimmeres? Na toll. Und ausgerechnet jetzt kommt meine Freundin. Was sie wohl von mir denkt? Aber das wird mich jetzt auch nicht mehr aufhalten. Wir können nur hoffen, dass sie den Ring findet. Und das Glück scheint auf ihrer Seite zu sein. Sie hat den Ring gefunden. Es macht Spaß, etwas zu verschenken. Besonders, wenn es für den Liebsten bestimmt ist. Ich kann es kaum erwarten, seine Reaktion zu sehen. Beeil dich und öffne es. Und? Was ist es? Ein Pulli. Wow, danke. Aber die Größe. Ja, der wird wohl nicht passen. Es sieht aus, als würde er Babykleidung tragen. Sie hat sich extra so eine Mühe gegeben. Trotzdem ist das ihr super peinlich. Jeder hat so eine Freundin, oder? Sie liebt nur gesundes Essen. Es kommt nichts anderes in Frage. Wie kann man Burger essen? Isst lieber einen Apfel. Er isst lieber Fast Food. Aber sie ist nur Salat. Heilige Gurken. Die lebt aber gesund. Wollt ihr was essen? Was habt ihr da? Speck-Sandwiches? Äh, die haben so viel Cholesterin. Ess deine Avocado. Das ist tausendmal gesünder. Komm schon. Lass uns einfach das essen, was wir wollen. Du kannst ja weiterhin dein Obst und Gemüse futtern. Aber was ist das? Wer ist denn da drin? Sie wurde entlarvt. Und sie ist gegrilltes Händchen. Wow. Äh, das gehört mir nicht. Ich wurde gezwungen. Wie fandet ihr unsere peinlichen Situationen? Was ist euch schon mal passiert, was ihr total peinlich fandet? Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Es ist nochmal zu leben.